ja hallo und willkommen hier zu einer neuen folge supremacy 1940 mit kalabrien auf der 500er karte wir haben parknummer 43 und wir stehen auf platz 3 mit 168 siegpunkten ja und wie ja in der letzten folge schon gezeigt ist der krieg gegen belgien und niederlande voll im gange und wir haben kurz nach dem tageswechsel und wir haben wirklich massive spionage im land und aus diesem grund werden wir jetzt meinen die provinzverwaltung gehen und werden uns die schäden angucken und sie auch gemeinsam reparieren und fixen wir sehen es hier massiv gebäude die deaktiviert sind die beschädigt sind jetzt nicht mehr eine werkstatt sehe ich gerade die muss natürlich als erstes gebaut werden danach die fabrik die ist wichtig die eisenbahn ist nicht ganz so wichtig wir gehen erst mal darauf und dann danach die genau machen wir das so dann das natürlich auch aktivieren dann hier aktivieren aktivieren hier müssen wir einmal reparieren die wir machen als erstes die fabrik dann den hafen die kaserne und die eisenbahn so da müssen wir auch noch massiv auf holz einkaufen also die schäden sind wirklich enorm die jetzt hier gemacht wurden also angeblich und das glaube ich auch wenn ich die schäden sehe hat belgien über 200 spione bei uns im land das kann ich mir durchaus vorstellen hier wenn wir jetzt mal den bau abbrechen werden erstmal lieber hier die die werkstatt reparieren und werden die fabrik reparieren und danach die kaserne um das alles hier erstmal wieder ins lot zu bekommen sie sind es ja eigentlich überall sind die ja die werkstätten beschädigt und die eisenbahn beschädigt aber die eisenbahn haben jetzt erstmal keine priorität wichtig ist erstmal dass unsere kriegsproduktion wieder anläuft und die eisenbahn geben wir uns zumindest noch einen kleinen bonus was das angeht für den bau von geschichten und dem müssen wir auf jeden fall nachkommen das ist auf jeden fall erstmal wichtiger bevor wir hier irgendwelche eisenbahn und flugplätze etc reparieren das ist auf jeden fall deutlich wichtiger hier ist sogar nur noch eine level 2 festung übrig das ist hier die niveau war das wo ist das irgendwo hier also ihr seht auf jeden fall wirklich massive schäden wir können hier mal durchgucken wir sehen sie aufklärungsbericht 27 spione gefasst 27 spione gefasst spione gefasst also wirklich ohne ende spione gefasst ich bin ja schon froh dass sie nicht auf wirtschaftssabotage gegangen sind sondern nur auf ja in anführungsstrichen nur auf militär sabotage also die fabriken und so die kriegen wir schon wieder repariert das ist okay das kriegen wir hin das ist zwar auch ärgerlich und natürlich tut es auch weh weil es halt auch ressourcen sind die verloren gehen aber es gehört halt nun mal dazu und da müssen wir jetzt durch dem werden wir uns stellen und das sollten wir auch hinbekommen so dann werden wir hier auch noch mal die kaserne reparieren um halt auch wieder vernünftig produktion bekommen wir werden die ganzen wehrämter wieder einschalten die hier deaktiviert wurden das nicht jetzt lassen wir die anderen kaserne erstmal noch das ist jetzt zwar ein bisschen ärgerlich aber es ist okay wir es ist nicht enorm also was wir an spionage hier im land haben das ist wirklich ordentlich was so dann haben wir das die müssen alle aktiviert werden um die gruppen produktion wieder anzuwerfen das sind halt alles provinzen die dann halt keine truppen mehr entstehen und so müsst ihr euch das vorstellen mache ich das momentan täglich also es geht schon mehrere tage so natürlich die spionage auch von yukatan und den alliierten da drüben von yukatan also es ist auf jeden fall nicht erst seit heute so dass wir hier so extreme spionage am haben das geht auf jeden fall schon eine ganze weile und hier sehen wir sogar das wo der server jetzt erstmal wieder hängt aber wir sehen auch dass das der größte erstmal geschafft ist es ist ziemlich viel ist zwar immer noch deaktiviert aber der server leckt halt momentan das ist wieder ein kleines problem dann machen wir einfach mal kurz so laden zu filmen sie einmal neu und gehen jetzt mal kurz darauf ein was denn alles noch so passiert ist na die 500er karte ist manchmal echt schwierig was das laden angeht na komm ja ansonsten kann man sagen der krieg an sich gegen belgien und niederlande jetzt haben wir es auch wieder mal erst mal wieder voll screen der krieg gegen belgien und niederlande sehr erfolgreich wir sind hier schon am vorrücken wir haben ja auch schon einiges an provinzen etc eingenommen wir sind jetzt hier an eine schlacht geraten ja die wird wahrscheinlich wehtun und wir werden unsere armee wahrscheinlich auch verlieren aber ich dachte ich nutze es aus um hier ein paar truppen abzukämpfen habe ein paar einzelne abgefangen das wollte ich alles nutzen ja unterm strich bin ich eigentlich zufrieden mit unserem fortschritt wir kommen hier überall auf jeden fall sehr gut voran wenn überall vorrücken werden will ich an der einen oder anderen stelle zurückgehalten hier sehe ich jetzt gerade ist die festung kaputt deswegen werden wir uns hier mal eins weiter zurückziehen und die festung erst mal aufgeben das ist dann erstmal wichtiger der punkt wird natürlich jetzt sein dass belgien jetzt auf jeden fall sehen wird wie viele truppen wir hier überall haben und da müssen wir jetzt auf jeden fall aufpassen weil dann unser sag jetzt mal unser blöff hier mit den einzelnen armeen mit den kleinen armee kontingenten nicht mehr funktioniert ja das ist auf jeden fall ein punkt wo wir aufpassen müssen aber auch ich denke da auch das würden wir im zweifel hinbekommen und auch das könnten wir im zweifel dem entgegenwirken wir haben es jetzt hier geschafft die sechste jahresgruppe von belgien im nahkampf zu stellen gemeinsam mit ägypten die wird auch jetzt in den nächsten stunden ausgelöscht der kampf tobt eigentlich heute schon den ganzen tag kann man sagen also wirklich schon sehr sehr lange und sehr sehr blutig hier sehe ich gerade rück belgien vor dann werden wir auch da uns in die festung zurückziehen also das momentan noch so ein kleines hin und her spiel und das wird sich wahrscheinlich auch noch eine ganze weile ziehen aber ich denke mal es ist doch durchaus wichtig dass wir es jetzt einfach hier langsam angehen lassen vorsichtig eingehen lassen nicht unüberlegt erst mal die truppen zerstören wir wissen ja von noch ein paar größeren armeen die hier im hinterland noch sind die noch irgendwo kommen genau deswegen auf jeden fall nicht zu überstürzen und wir können natürlich kann natürlich sein fällt mir gerade ein dass eine große armee hier kommt jetzt ist natürlich gut dass ägypten hier kommt aber wir werden mal sicherheitshalber eine armee davon abspalten und auch hier in den bereich schicken um im zweifel darauf reagieren zu können ich denke das ist auch noch mal wichtig weil ja da die so ein bisschen unser schwachpunkt ist und wir ja hier wirklich überlegen sind weit überlegen sind da können wir hier ruhig noch mal ein bisschen was abspalten wir gehen mal auf defensive und die offensive bleibt da denke das ist durchaus besser genau also in europa sieht es gut aus mosul ist auch in den krieg eingetreten wird jetzt auch hier die ersten gebiete einnehmen genau so mazaja mit seinen luftstreitkräften schlangen im einsatz die landstreitkräfte sind jetzt langsam auf dem weg auch das wird nicht mehr so lange dauern bis da die ersten größeren armeen sich gebildet haben die lage in südamerika ist aber momentan ein bisschen angespannt wir sind zwar hier immer noch erfolgreich gelandet aber man muss jetzt dazu sagen mittlerweile ist die große bomber flotte von yukatan da die uns wirklich sehr sehr zusetzt die wirklich großen großen schaden anrichtet ägypten und zentralen nigeria haben hier schon große armee kontingente verloren also die verluste auf beiden seiten wirklich hoch unterm strich können wir natürlich mit unseren erfolgen hier zufrieden sein wir rücken vor wir machen schaden wir nehmen provinzen ein ich vermute auch jetzt hier hier sehen was gerade die großen armeen von yukatan wo sammeln die sich die sammeln sich da okay war ja da in der region unser sammelplatz sein sollte für die flotte die den wir natürlich jetzt mittlerweile verlegt haben jetzt sehe ich gerade können wir hier wahrscheinlich bei den angriff setzen da bin ich jetzt auch sehr gespannt 13 schlachtschiffe sollten da auf jeden fall ordentlich schaden machen oder auch nicht super ja müssen wir einfach mal gucken aber ich denke mal unterm strich funktioniert das hier alles schon recht gut hier sind auch die u-boote von yukatan auch da müssen wir natürlich drauf aufpassen unsere eigenen u-boote sind ja hier drüben unterwegs und versuchen werden dann hier versuchen so ein bisschen die nachschubwege zu stören das wird natürlich noch eine weile dauern ja da müssen wir jetzt einfach aufpassen dass da halt nicht auf einmal ja dass da nicht auf einmal die bomber kommen deswegen werde ich die jetzt mal umleiten dann sind die wege zwar ein bisschen länger aber ich denke mal es ist durchaus schlauer jetzt hier unten lang zu leiten dass die hier unten dann lang gehen wäre natürlich ein schönes ziel gewesen aber die kommen wahrscheinlich rechtzeitig an das aber brauchen wir zwölf stunden wie lange brauchen die ihn hier für den weg das ist zumindest ein versuch wert sag ich mal das wäre natürlich top wenn das funktioniert müssen wir mal gucken ja an sich müssen wir halt gucken unsere große armee die flotte braucht noch knapp anderthalb tage glaube ich bis hier runter wenn die jetzt da anlanden soll genau einen tag zwölf stunden wird also am 15 früh da sein wird dann auf jeden fall auch direkt eingreifen können schlagkräftig ist die armee auf jeden fall aber es wird natürlich schwierig dem ganzen entgegenzuwirken und wir müssen jetzt auch hier aufpassen auf die ganzen u-boote die hier kommen weil die bedrohen definitiv unsere nachschubwege und da es wird wichtig sein dass wir die frei halten dass wir schaffen die zu verteidigen einfach damit wir weiterhin unsere jäger hier ans ziel bringen können und keine allzu großen verluste dabei erleiden müssen das ist auf jeden fall ein wichtiger punkt gut der armee wollen wir natürlich nicht hinterher fahren wir werden aber das mal so machen vielleicht kriegen wir das ja hin was kommt jetzt hier das wird bestimmt ein u-boot oder so sein genau das sind u-boote die da kommen okay hier sind noch ein paar bomber hier kommt die große armee die sind einen tag und acht stunden ist die einsatz ist die vor ort und wo kommt die hin die kommt auch dahin okay das gute ist aber dass die relativ weit weg ist in einem tag an acht stunden das heißt wir sind dann auf jeden fall auch bereit und wenn wir mal gucken was hier so kommt ist das immer noch weniger als wir haben und das wird auf jeden fall eine gute sache sein es wird auf jeden fall blutig es wird verlustreich aber ich denke mal wir sollten das ganze hinbekommen genau und dazu muss man ja auch sagen von unseren alliierten kommt ja auch nochmal verstärkung nach die sammeln jetzt hier auch größere armeen ich werde nigeria auch sagen die sollen ihre armeen gleich losschicken dass die dann quasi mit meiner armee gleichzeitig ankommen und dann haben wir das ganze eigentlich auch im griff und können uns da gedroht zurücklehnen genau und dann würde ich sagen bedanke ich mich an dieser Stelle fürs zuschauen wenn euch die folge gefallen hat lasst doch gerne einen daumen nach oben da abonniert den kanal um auch in zukunft nichts mehr zu verpassen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss